Ich wollte mich auch kurz zu fassen. Unser Ventilator-System Zeta Plus ist in Fachkreisen seit vielen Jahren mit seinem Leistungsspektrum gekannt. Aber die Zeit bleibt nicht stehen. Und wir haben das bewährte System weiterentwickelt und zudem mit einigen neu entwickelten technischen Highlights ausgestattet, um einen neuen Standard für nachhaltige bionische Ventilatoren-Technik für die Zukunft zu setzen. Wir haben es geschafft, mit unserer neuesten bionischen Entwicklung, dem Silent Code, die akustischen Werte von bis zu 4 BBA zu reduzieren. Gelungen ist das mit dem neuen Nachbalkrad, welches durch seine geometrische Ausführung die Wirbelsysteme der abstimmenden Luft stabilisiert. Dies gelingt durch eine feine Zerteilung der Luftströmung in mehrere Strömungspfaden. Der Luft-Find-Time-Funktion. Weiterhin haben wir das Profil unseres Flügels bionisch ausgeführt. Dies haben wir uns bei Nierestieren abgeschaut. Zudem haben wir den Durchmesser des Laufgrades von 910 mm auf 960 mm vergrößert, ohne dabei das übliche Standard-Rahmenmaß zu verändern. Dies wird bei 60 Grad Fördermittel-Temperatur zu stolzen 9% mehr Luftleistung. Ausgestattet mit intelligenter EC-Blue-Motoren-Technologie haben wir in der gesamten Performance beim Zeta Plus ein hocheffizientes Ventilatorsystem geschaffen, welches den leisesten und energiesparendsten und somit auch klimafreundlichsten Betrieb ermöglicht. Um unseren Anspruch, unsere Erde ein Stück blauer zu machen und gerecht zu werden. Liebe Gäste, wir als Zielabeg sind uns unserer Verantwortung, was das Klimabegriff völlig ist. Wir stellen Systeme zur kontrollierten Luftbewegung her. Jedoch wird das Klima unseres Planeten maßgeblich von unkontrollierten Luftströmungen dem Wind